Der Wertverlust der türkischen Lira, liebe Zuschauer, hat sich noch einmal beschleunigt und belastet inzwischen auch den Euro, weil sich die Sorgen vor Kreditausfällen in der Türkei häufen. Ansonsten kann man getrost von Sommerloch sprechen. Ein paar Einzelaktien standen im Fokus, das waren Adidas oder VW oder auch Tesla. Aber das alles war nicht ausreichend, um dem DAX ordentlich Schub zu geben. Eine Handelsspanne von gut 200 Punkten, eine relativ magere Wochenbilanz. Wo tat sich überhaupt was? Nun, das eher am Devisenmarkt. Denn der Zollschlagabtausch USA-China ging in eine neue Runde. Aber neben China und Europa hat sich Donald Trump jetzt noch einen neuen Lieblingsfeind aufgebaut und das ist Japan. Erst wandert die Japaner sozusagen off the hook, aber jetzt sind auch hier die Vorwürfe laut, dass die Handelsbilanzen nicht zugunsten der USA ausfallen. Jetzt soll ein neues Handelsabkommen verhandelt werden und Donald Trump droht, wenn das nicht geschieht, dann erheben wir in den USA eben Autozölle für Japan. Lässt das die Kapitalmärkte kalt, was passierte sonst noch, besprechen wir gleich. Ja, in diesem Sommerloch hat vielleicht der eine oder andere mit dem einen oder anderen Tweet Geld verdient, könnte man ein bisschen hämisch sagen. Und vor allem nur Instagram-Stars verdienen Geld mit dem, was sie da so in die Welt posaunen. Nein, aber Spaß beiseite. Bewegungen gab es vor allem am Devisenmarkt, die sprachen die türkische Lira schon an. Was sich sonst noch tat, welche Handelsaktivitäten besonders hervorstachen, das besprechen wir mit Christian Bolleritsch von GKFX. Schönen guten Tag, Herr Bolleritsch. Hallo, Freya. Ja, Donald Trump zieht weitere Kreise und das lässt vor allem Spuren am Devisenmarkt aufblitzen. Wo ganz besonders? Ja, aktuell das Thema US-Solar versus japanische Yen, denn Donald Trump hat sich jetzt Japan vorgenommen. Längere Zeit wurde Japan nicht im Blickfeld betrachtet mit seinen Handelsüberschüssen. Jetzt ist es soweit, dass auch Japan entsprechend auf der Agenda steht, denn die Handelsüberschüsse sollen geringer ausfallen. Und ja, da wird es sicherlich auch in den Devisenmärkten bestimmt das eine oder andere an Volatilität geben. Denn wir sehen zwar hier charttechnisch die Kerzen ja auf Tagesbasis, dass wir hier einen starken US-Dollar haben. Aber das ist nicht im Sinne von Donald Trump höchstwahrscheinlich, sondern er möchte, dass die Währung der US-Dollar etwas schwächelt im Gegensatz zum Yen, damit Vorteile entsprechend geringer ausfallen. Denn die Japaner exportieren sehr viele Autos auch nach Amerika. Donald Trump wünscht sich einen schwächeren Dollar, aber starke US-Börsen und demnach ist auch der DAX viel tiefer ins Sommerloch gefallen als die US-Börsen. Gibt es da jetzt Impulse? Was können die Trader beachten? Gibt der Chart ein bisschen was her? Ja, also die Handelsspanne ist relativ dünn momentan. Ich habe das mal hier mitgebracht. Auch in der letzten Sendung habe ich ja gesagt, so wie es ausschaut, werden wir uns wahrscheinlich in einer Range bewegen, die sich hier im Tief bzw. im Hoch darstellt. Und diese Range, diese Spanne scheint noch enger gefasst zu sein. Wir hatten jetzt ein Wochentief aktuell von 12.528 Punkten im F-DAX und im Hoch hatten wir ein Level von 12.734 Punkten. Und das für eine ganze Handelswoche. Ich kenne noch Zeiten, da waren 200 Indexpunkte. Handelsspanne super, aber für Trader ist das momentan nicht Fisch, nicht Fleisch. Für Trader ist das nichts. Gucken wir mal, was sich so an Datenfakten tut, dass da ein bisschen Musik reinkommt. Sieht vor allem auf Unternehmensseite nun relativ dünn aus. Der Berichtssaison läuft aus, aber so ein paar Versprengte gibt es noch. Ja, definitiv. Also ohne jetzt die Wahrsagerkugel zu haben, der Klassiker RWE. Also wie RWE seine Zahlen liefern wird, wird das wahrscheinlich auf E.ON abstrahlen. Davon ist im Regelfall auszugeben, wenn man die Tagesgewinne und Tagesverlierer sieht, sieht man beide Versorger. Meistens sind wieder oben oder unten an der Stelle. HelloFresh wird der ein oder andere auch kennen. Ein Kochboxanbieter in verschiedenen Ländern aktiv. Ist letztes Jahr an die Börse gegangen. Sicherlich auch im Blickfeld dessen, was bringen diese neuen IPOs auch für Zahlen zustande. Interessant. Hamburger Hafen und Logistik AG. Nun, die werden sicherlich auch Zahlen liefern oder vielleicht auch Informationen mal abgeben, was das bedeutet mit diesem Thema Handelskrieg. Wie haut das auf die durch? Wie wird das mit den Waren sein? Denn verstärkt ist zu beobachten, dass viele Sachen vorgezogen werden momentan. Bestellungen aus dem asiatischen Raum, die dann entsprechend noch verarbeitet werden, bevor die Zölle in Kraft treten. Und das wird sicherlich temporär hier einen kleinen Sondereffekt mitbringen. Ja, ein Wirecard. Ja, DAX-Kandidat inzwischen. Vielleicht demnächst. Ja, könnte sein. Da wird es sicherlich Bewegung geben. Die Deutsche Börse AG hat ja in Bezug auf seine Indizes ja Veränderungen angekündigt. Und die werden auch demnächst in Kraft treten. Also es wird eine Menge gemacht, dass aus der zweiten Reihe zukünftige Stars geboren werden. Ja. Ja, und auf der Konjunkturseite. Also Starlights im Konjunkturhimmel sozusagen. Ich persönlich schaue mir immer den Klassiker Bruttoinlandsprodukt Deutschland an. Das wird sicherlich auf den DAX abfärben entsprechend. Dann Thema ZEW Deutschland. Da wird sicherlich auch wieder die Einschätzung von den Experten erwartet. Wie sieht es aus? Da werden 350 institutionelle deutsche Investoren und Analysten befragt. Und das gibt dann doch einen klaren Blick. Und aus dem Thema Amerika. Mein persönlicher Fokus ist Donnerstag hier der Fairly Fed Herstellungsindex, der quasi für diesen Wirtschaftsraum Philadelphia hier doch gewisse allgemeine Informationen auch widerspiegelt, die dazu führen werden, dass wir für den Dow Jones und auch für die anderen Indizes möglicherweise auch hier Bewegungen wiederfinden. Dann noch Verbraucherpreise, Einzelhandelsumsätze in der Eurozone, aber auch in UK. Pfund war diese Woche wieder extrem schwach. Vielleicht gibt es da dann auch mal so einen Stop, so einen Boden. Das könnte durchaus möglich sein, aber das ganze Thema schwellt noch mit dem Thema Brexit übergeordnet. Wir sind da sicherlich noch im Sommerloch. Das wird meines Erachtens das große Herbstthema sein. Die Leute wollen entsprechend immer näher rückend zu dem Termin in der Zukunft klare Aussagen haben. Und daran wird sich das eine oder andere im Herbst, spätestens im Winter auch darstellen. Und wie gesagt, der Fokus für viele Trader auch in Richtung UK, ob es der Fuzzi ist oder das britische Pfund, beides sehr interessante Trading-Möglichkeiten. Okay, dann verspricht ja ein heißer Herbst zu werden, möge Donald Trump dann mit seinen Wahlen auch noch ein bisschen an der Zollfond für Ruhe gesorgt haben. Christian Wolleritsch, vielen Dank. Liebe Zuschauer, 200 Punkte handelt Spann in einer Woche im Dachs. Man darf das Wort Sommerloch getrost mit einem Ausrufezeichen versehen. Nicht so am Devisenmarkt. Die türkische Lira verliert weiter. Allein in zwei Tagen 15 Prozent. Das britische Pfund schwach. Dollar, Yen, das Währungspaar im Fokus, weil Donald Trump jetzt auch noch die Japaner mit Zöllen belegen möchte. Das alles könnte aber vielleicht durch sein mit den Zwischenwahlen in den USA im November. Und dann löst vielleicht der Brexit und die Thematik darum das neue Thema ab. Was kommt, wie es kommt, natürlich immer mit Updates von der Aktionär TV.